DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Ich muss telefonieren. Der Anruf Die Durchwahl Wählen Sie bitte die Durchwahl 123. Wie ist die Telefonnummer? Guten Tag, hier spricht Philipp Neumann. Könnte ich bitte Frau Stella sprechen? Frau Stella ist leider nicht da. Der Anrufbeantworter Die Mailbox Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Frau Stella ruft Sie zurück. Auf Wiederhören. 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 Auf Wiederhören.